Es ist soweit, mein neues Buch, Zwei-Zimmer-Küche-Cash, ist ab sofort erhältlich. Es ist jetzt veröffentlicht und heute möchte ich nochmal ein bisschen über die Inhalte dieses Buches schreiben. Und damit willkommen zurück bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnbs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann, ich betreibe über 90 Unterkünfte, habe mittlerweile über 1000 Gastgeber und Gastgeberinnen in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung begleitet und darüber dieses Buch geschrieben. Ich finde sowieso, kauft mehr Bücher, lest mehr Bücher und jetzt ist ein richtiges Buch da zum Thema Kurzzeitvermietung. Das ist kein E-Book, sondern recht ordentliches Buch, 274 Seiten rund um das Thema Kurzzeitvermietung. Und das Buch, das kannst du dir ab sofort bestellen unter www.fevobuch.de und in diesem Buch gebe ich dir ja verschiedene Dinge mit auf den Weg. Grundsätzlich, das Buch, das habe ich geschrieben für alle, die interessiert sind am Thema Kurzzeitvermietung. Egal, ob das jetzt als Möglichkeit, sich ein passives Einkommen aufzubauen oder sich immer mal selbstständig damit zu machen mit der Vermietung von Ferienwohnungen über Airbnb, über Booking.com oder aber auch, wenn du das schon als aktiver Gastgeber machst. Egal, ob du jetzt ein, zwei Wohnungen hast oder ob es schon ein paar mehr sind. Denn die Inhalte hier in dem Buch, die werden auch für dich nützlich sein. Und genauso habe ich dieses Buch geschrieben für alle aus der ganzen Immobilienbranche. Das heißt, wenn du Eigentümer bist, dich damit schon mal Sondervermietung, Kurzzeitvermietung so ein bisschen beschäftigt hast, wenn du vielleicht Fix und Flip machst oder dergleichen mehr, Dieses Buch ist absolut richtig für dich, wenn du dich über Kurzzeitvermietung informieren möchtest. Denn das Ganze ist als Leitfaden geschrieben und zwar durch das Feld der Kurzzeitvermietung. Es ist ja so, dass es da draußen super viele Vorurteile gibt, Vorbehalte, Zweifel, Fragen rund um dieses Thema. Ist das Ganze eigentlich legal? Darf ich das wirklich? Worauf muss ich achten, wenn ich das Ganze legal mache? Funktioniert das auch an dem Standort, in dem ich gerade bin? Ja, funktioniert das in dieser Stadt, jener Stadt? Hat das Ganze überhaupt eine Zukunftsperspektive? Bin ich nicht schon viel zu spät? Ist der Markt nicht gesättigt? All solche Fragen begegnen mir ja jeden Tag. Hier auf dem Kanal, über Instagram, natürlich auch in der Welt da draußen, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin. Und dieses Buch hier, das gibt dir einen Leitfaden mit an die Hand, ein gutes Verständnis auf der Meta-Ebene, was eigentlich dazugehört und wie so der grobe Fahrplan aussieht, um in das Thema Kurzzeitvermietung zu starten. Denn da gibt es ja verschiedene Wege. Du kannst das Ganze als Co-Host machen. Da habe ich auch ein bisschen was im Buch dazu geschrieben. Du kannst das natürlich auch mit Eigentumsimmobilien machen. Oder aber du mietest dir Objekte an, so wie ich das mit meinen 90 Einheiten mache, die ich aktuell betreibe. Und auch das habe ich einmal im Buch natürlich thematisiert. Dir mal ein Verständnis hier versucht mitzugeben, wie das eigentlich funktioniert. Legal, dass man sich Objekte anmietet, das sogenannte Arbitrage- oder Rent-to-Rent-Modell. Und wie man da auch überhaupt rangeht, wie man darüber nachdenken muss, dass das Ganze einfach zum Erfolg führt. Zum Thema Einrichtungen natürlich auch die wesentlichsten Dinge, die ich hiermit abgefasst habe. Und natürlich auch zu den Buchungsportalen Airbnb, Booking.com. Was brauche ich eigentlich wirklich? Worauf muss ich da achten? All das findest du in diesem Buch. Und zwar nicht nur als grobe Anleitung, sondern auch mit einer Einordnung. Wie hast du das Ganze eigentlich zu verstehen? Denn es ist im Bereich der Kurzzeitvermietung eben nicht so, dass du mit lauter Apartments konkurrierst, sondern wir sind Teil der Beherbergung oder des Beherbergungsmarktes. Es ist ein Milliardenmarkt in Deutschland. Und dieses Grundverständnis wird die nächsten Jahre elementar sein, wenn du Kurzzeitvermietung professionell aufbauen möchtest und angehen möchtest. Deswegen ist auch das etwas vom Verständnis, was ich bei vielen aktiven Gastgebern gar nicht mal wirklich sehe, die das gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, in welcher Branche sie da eigentlich unterwegs sind. Und ja, dafür habe ich dieses Buch geschrieben. Das sind so ein bisschen die Inhalte. Wie gesagt, ist durchaus ausführlich geworden, hat insgesamt elf Kapitel. Es gibt natürlich eine Einleitung. Grundlagen der Kurzzeitvermietung, strategische Grundlagen. Da haben wir ein komplettes Kapitel zum Thema Standortbestimmung, Zielgruppenanalyse. Es gibt ein Kapitel zum Thema Marktanalyse, Kalkulation, Immobilienakquise. Ja, wie mache ich das? Einrichtung, dann die Distribution über booking.com, Airbnb, betriebliche Themen. Natürlich auch Automatisierung. Wie schaffe ich es eigentlich, 90 Wohnungen in vier Ländern zu betreiben, ohne in Arbeit zu ertrinken? Auch das habe ich dir hier einmal skizziert. Und natürlich gibt es auch einen Ausblick zum Thema Kurzzeitvermietung. Ja, wo kann dich das Ganze hinbringen? Denn für mich hat dieses Thema in viereinhalb Jahren mein Leben auf den Kopf gestellt. Das kann ich tatsächlich wirklich so sagen. Ich war ja früher mal bei der Deutschen Bahn und mache mittlerweile nichts mehr anderes, außer Kurzzeitvermietung jeden Tag. Und das Buch kannst du dir bestellen unter www.febobuch.de. Das Ganze kostet dich nur 6,95 Euro. Der Versand ist sogar kostenlos. Den übernehmen wir für dich. Damit es keinen Grund gibt, dieses Buch nicht zu bestellen, wenn du dich mit dem Thema Kurzzeitvermietung beschäftigst. Es gibt im Übrigen auch ein Hörbuch zum Buch, das ich selber eingesprochen habe. Auch das möchte ich dir an der Stelle gerne ans Herz legen. Das kannst du dir zusätzlich bestellen. Und ja, ist jetzt draußen. Ich freue mich riesig. War viel, viel Arbeit. Ich habe angefangen, im März 2023 daran zu schreiben. Jetzt haben wir Dezember 2023 und kommt jetzt Ende Dezember quasi pünktlich zu Weihnachten raus. Dieses Buch, wenn du es dir jetzt bestellst, hast du vielleicht sogar noch vor Weihnachten unter deinem Baum liegen. Ja, so als kleines Weihnachtspräsent. Wie gesagt, 6,95 Euro ist eigentlich fast geschenkt, wenn der Versand eh kostenlos ist. Und vor allen Dingen perfekt, um das Ganze zwischen den Jahren über die Feiertage in Ruhe mal zu lesen, dir einen Plan zu machen und vielleicht mal mit richtig guten Vorsätzen zum Thema Kurzzeitvermietung in das Jahr 2024 zu gehen. Ich freue mich, wenn du es dir bestellst. Und vor allen Dingen, wenn Zwei-Zimmer-Küche-Cash dir ein guter Begleiter auf deiner Reise im Bereich der Kurzzeitvermietung ist. Und wenn du sagst, ich möchte direkt Unterstützung von euch, ich möchte auch von euch lernen, ich möchte von euch aufgezeigt bekommen, welche Fehler ich nicht machen darf, damit das Ganze gut funktioniert. Egal, ob du ganz am Anfang stehst bei deiner ersten Wohnung, ob du vielleicht 30, 40, 50 Wohnungen schon betreibst, das Ganze noch weiter skalieren möchtest. Wir können dir helfen. Du kannst dich gerne bei uns melden auf www.bnbprohosting.com. Meldest dich dort an für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen dir gerne. Und schauen im Erstgespräch drauf, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest. Das heißt, wenn du dir mit diesem Buch Vorsätze machst für 2024, lass uns am besten kurzfristig sprechen, damit wir die Vorsätze dann 2024 auch in die Tat umsetzen. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinschauen, Reinhören. Viel Spaß beim Lesen meines Buches Zwei-Zimmer-Küche-Cash. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye-bye.